Der Fernseher schaltet sich nicht aus. 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 Mit shield rausrennen Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Vom Feind kontrollierte Zone getreten. Du wurdest entdeckt. Oh Gott! Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's verlegt. Geht's rein, Lanne? Nein! Nein! Ich wurde ausgespürt. Fucking Vakery. Der hat mich getötet! Ich muss an. Das war der falsche, den ich gekillt hab, oder? Der Equinix ist ein Hornball. Ja, die hätten schon noch ein bisschen länger... Das hätte schon noch länger getan können. Das war nur dieser Equinix. Alle Recruit, oder? Ja, alle Recruit, oder? Alle mit Schild, oder? Bausteller! Recruit! Alle mit Schild! Perfekt! Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ich mach mal Party da drin. Aber dass sie so zeitig platziert haben, das war Arsch. Das war der eine. Da hat eine Bombe gefangen. Ich kann ja einfach spielen keinen Spaß. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Gelangt zu der Bombe und entschafft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Halt! 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 Timmy, komm her! Oh, Timmy, komm her! Timmy, komm rauf zu mir! Ich komm rauf, ich komm rauf! Hier beginniert alle selbstmord. Warte kurz, wir müssen gewinnen, oder? Ja, wir müssen sie runter eigentlich gewinnen. Ich tue es, ich tue es, ich springe. Nein! Tu es nicht! Nein! Nein! Du darfst nicht sterben! Wir gehen jetzt alle hoch? Das machen sie. Dass das so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Ah, wir belassen es noch ein wenig Zeit. Schönes Dancing. Dancing in the Moonlight. Nein! Ja, mach doch nachgesicht hier. Ja, war das eigentlich, war ne Klick? Nein, nein, nein. Ich trug godt, dass ich das ordentliche hoffe, was kann man nicht mehr. Ich glaube, wir müssen Lader defusen. Der Scherfer ist online und aktiviert. Ich musste mich opfern und ich muss mich darauf achten, dass ich mich darauf achte, dass ich mich darauf achte. Videoclip gespeichert. Ja. Was ist, machen wir jetzt eine normale Runde da drauf? Nein. Ah, drauf geschissen. Ich speichere den jetzt auch gleich. Guck mal. Und schneid das zusammen, das lade ich heute noch hoch, das ist... Was? Having fun with the enemy team. Machen die jetzt? Ernst die zwei? Erstmal töten. Die haben keine Recruit genommen. Was ist, wollen die wieder rausgehen? Das muss sein, das beste Team, ich habe gesehen. 10 Sekunden bis Einsatz. Noch 5 Sekunden. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Ich bin wieder raus. Ich wurde geblitzt. Er macht Gruppenfoto. Wir blitzen. Wir sind im Motorradgang. Nein. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Entschärfer muss zurückgeholt werden. Das geht so weit. Die neue Generation, alle am Handy. Komm, stell uns alle im Kreis und warten. Komm, stell uns alle im Kreis und warten. Okay. Ich hab keine. Nein. Auh. Zu brennen? Das machen wir so frei. Schwein zur Höhe. Das eigentlich Stress. Honey. Der vernichtet die ganze Zeit Drohnen. Der Lord! Der Lord! Der pinke Lord! So niedlich. So, Wackets, stimmen wir uns alle zusammen, wir müssen uns irgendwie alle zusammenstellen. Wackets, Wackets, ich mach jetzt keine Katze. Nein, nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Alle zusammenstellen. Ich mach ein Kuchenfoto machen, komm, stell dich da her. Nee, komm, stell dich da her. Stell dich da her. Aua! Hopla! WTF? Eigentlich hoffe ich gar nicht auf die zieht. Okay. Ja. Töne dich da her. Fünfzehn Sekunden übrig. Oh, Scheiße, wir platzieren müssen. Egal. Oh Gott, so eine geile Runde. Oh Gott, so eine geile Runde.